Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, der heutige Tag bringt eine Menge sozialer Interaktionen mit sich, die möglicherweise ein Treffen oder eine Veranstaltung bei dir zu Hause beinhalten. Unter den Besuchern werden Menschen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund sein, unter anderem aus der Wissenschaft und dem Finanzsektor wie Banken, Investment oder Immobilien. Ein Gespräch mit diesen Gästen könnte sich als aufschlussreich erweisen und dir Einblicke oder Ratschläge geben, die sich positiv auf deine finanzielle Situation auswirken könnten. Sei aufgeschlossen und höre aufmerksam zu, denn das geteilte Wissen könnte dir wertvolle Möglichkeiten für dein finanzielles Wachstum bieten. Dein Wohlbefinden hängt heute stark von deiner körperlichen Aktivität ab. Wenn du dein Trainingsprogramm vernachlässigt hast, ist heute der ideale Tag, um es wieder aufzunehmen. Wenn du dich nicht regelmäßig bewegst, solltest du mit einfachen, überschaubaren Aktivitäten wie ein paar Sit-Ups vor dem Schlafengehen beginnen. Wenn du körperliche Aktivität in deinen Tagesablauf einbaust, kann das deine Gesundheit und deine Stimmung deutlich verbessern. Neben dem Sport solltest du auch auf deine Ernährung achten. Auch wenn du dich nach extravaganten Lebensmitteln sehnst, ist es ratsam, vernünftige und nahrhafte Optionen zu wählen, um dein Gleichgewicht und deine Gesundheit zu erhalten. In den kommenden vier Wochen könnte dein Energielevel sinken. Es ist wichtig, dass du dich in dieser Zeit nicht mit ehrgeizigen Zielen überlastest. Konzentriere dich stattdessen auf Aktivitäten, die dir Freude und Entspannung bringen. In dieser Zeit sollte es mehr darum gehen, das Leben zu genießen und weniger um Karriere oder Arbeitsdruck. Nimm diese Zeit als Gelegenheit wahr, neue Energie zu tanken und dich mit Freizeitaktivitäten zu beschäftigen. In deinen persönlichen Beziehungen, besonders wenn du dich mit jemandem unterhältst, solltest du darauf achten, welche Verpflichtungen du eingehst. Es ist leicht, sich hinreißen zu lassen und mehr zu versprechen, als du halten kannst. Es ist viel besser, weniger zu bieten und die Erwartungen zu übertreffen, als große Versprechungen zu machen, die du nicht erfüllen kannst. Ehrlichkeit und Realismus bei deinen Zusagen verhindern Enttäuschungen und erhalten das Vertrauen. Die Zeit des passiven Abwartens ist vorbei, und es beginnt eine transformative Phase des Handelns. Chancen, die früher in weiter Ferne lagen, sind jetzt in Reichweite. Nimm diese Zeit mit Zuversicht in Angriff, denn das Universum unterstützt dich in deinen Bemühungen. Es ist wichtig, dass du mutige und entschlossene Schritte unternimmst und auf deine Fähigkeiten und die Führung des Kosmos vertraust. Dies ist der Moment, in dem du deine Träume und Ambitionen verwirklichen kannst. Der frühmorgendliche Wechsel des Mondes von Schütze zu Steinbock bringt eine Veränderung der kollektiven Stimmung mit sich. Anfangs mag die Schütze-Energie den Sinn für Abenteuer gefördert haben, aber sobald der Mond in den Steinbock eintritt, herrscht eine pragmatischere und kooperativere Atmosphäre vor. Dies ist eine günstige Zeit für praktische Handlungen und die Erfüllung von Verpflichtungen. Im Laufe des Tages wird der Steinbockmond die Ernsthaftigkeit und die Konzentration auf pragmatische Ziele betonen und dich dazu anleiten, deine Aufgaben mit Sorgfalt und einer geerdeten Perspektive anzugehen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Narr steht für Neuanfänge, Spontanität und einen Vertrauensvorschuss. Er steht für Abenteuerlust und das Eingehen von Risiken mit einer neuen Perspektive. Heute zeigt der Narr, dass du am Anfang einer neuen Reise oder Phase in deinem Leben stehst. Es ist an der Zeit, Chancen zu ergreifen und mit Optimismus und Aufregung ins Unbekannte zu gehen. Die Acht der Kelche ist eine Karte, mit der du die Vergangenheit hinter dir lässt, nach tieferer Erfüllung suchst und dich auf eine spirituelle oder emotionale Suche begibst. Sie symbolisiert oft eine Reise der Selbstentdeckung und die Bereitschaft, loszulassen, was dir nicht mehr dient. Heute zeigt die Acht der Kelche an, dass du dich von etwas trennst, das dich nicht mehr erfüllt. Das kann ein schwieriger, aber notwendiger Schritt in Richtung persönliches Wachstum sein. Die Zwei der Kelche steht für Einigkeit, Liebe und eine tiefe emotionale Verbindung zwischen zwei Menschen. Sie steht oft für den Beginn einer liebevollen und harmonischen Beziehung. Für den heutigen Tag deutet die Zwei der Kelche auf das Potenzial für eine bedeutungsvolle Verbindung oder die Vertiefung einer bestehenden Beziehung hin. Es ist eine Karte der Harmonie und der emotionalen Bindung. In ihrer Beziehung zueinander erzählen diese Karten eine Geschichte über Neuanfänge, das Loslassen der Vergangenheit und das Potenzial für tiefe emotionale Verbindungen. Der Nah steht für den Beginn einer neuen Reise. Die Acht der Kelche steht für die Bereitschaft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach tieferer Erfüllung zu suchen. Die Zwei der Kelche steht für das Potenzial für bedeutungsvolle emotionale Beziehungen auf diesem neuen Weg. Lass dich heute von der Abenteuerlust und der Aufbruchsstimmung des Narren anstecken. Sei offen dafür, loszulassen, was dir nicht mehr dient, wie es die Acht der Kelche vorschlägt. Dadurch schaffst du Raum für tiefe emotionale Verbindungen und harmonische Beziehungen, die durch die Zwei der Kelche symbolisiert werden. Es ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Möglichkeit, bedeutungsvolle Bindungen einzugehen oder zu stärken. Das ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Betrachtung. Das ist ein Tag des Wachstums, der Betrachtung des Erfüllung. Vielen Dank.